Ja, hi, mein Pokémon. Danke. Wir sehen uns 100 pro wieder, Schwester. Hier ist ein Grashalm. Was macht der Grashalm? Oh mein. Gott, was zum Teufel. Das war so klar. Ach, du Heilige. Da ist einfach mal ein Kickli drin. Nur Kickli, oder? Da ist einfach mal ein Kickli. Oh mein Gott. Und Nok-Chan. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe ein Level... Ich habe ein Level 20 Nok-Chan gefangen. Nein. Ich habe ein Level 20 Nok-Chan. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe tatsächlich... Alter, wie geil man hier trainieren kann. Das habe ich ja gar nicht nach... war, Level 18. Ta... Taupsi heißt es. Das fange ich mir... Ja doch. Auch gefangen. Hammer. Wie zum... Warum zum Taup... geben die mir sowas wieso geben die mir sowas dass du das dürfen die nicht den mache ich platt der ist vergiftet den mache ich sowas mit platt mein schwächstes pokémon hahaha was 400 erfahrung das dürfen die noch mal nicht warum geben die mir sowas das ist doch klar dass ich das benutze oh quick attack gast ist windstoß oder send attack quick attack machen wir rückzukrieg das dürfen die mir nicht geben das ist doch klar dass ich die ganze Zeit bin hoch den mache ich platt ach das ist doch ein dreck ist egal ich habe meinen Nocchan ich habe einen Taubsi das relativ stark ist auf einmal was möchte ich mehr die arena hier machen was kann denn mein Nocchan überhaupt pokémon nein status kometenpunch und agility ok wow 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 und hier ist rocco wasserarena wasserarena zum teufel ja ja fahrt für nur mit einem shirgi oh süß nicht zu effektiv aber vergiftet es schon und dann machen wir tausendmal heuler tausendmal heuler ganz oft heuler ernsthaft heuler und hoffen hoffen dass der was will der in kampf stecken nein hoffen yugong oh wow jurob meine ich dann nehme ich den und ragnieb und ragnieb und das war's für dich poison powder ich möchte was verlernen und zwar heuler heuler ist eigentlich relativ cool kann aber mein tragosso das behalte ich behalte ich ich nehme schon heuler aber giftpuder ist immer noch was anderes na komm hier verirre ich mich ja total in der blöden stadt warum setzen die da gras hin mann die sind doch die sind doch es bringt sich es bringt nichts sich da aufzuregen zur sicherheit speichere ich mal ja saving 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 danke sehr und dann hole ich mir die zwei trainer deine pokémon sind wirklich süß bist du dir da sicher bist du dir da sicher du bist auch so süß jigglypuff pummelow und was ist oktazuka ich will das nachgucken auf jeden fall ist die total hammer und ich spule einfach mal vor weil es mir sonst echt wirklich zu lange dauern würde vor allem hier zu kämpfen mit gleich starken pokémon so du bist ein was ein anderer ne ein ne ein vulpix ach den kampf mache ich so los tragosso nein glut gut geban tot und vergiftet das ist hammer und ich bin auch tot macht mir aber nichts denn ich nehme einfach mal die diese pokémon und benutze tacklen ich glaube wenn es kein crit gewesen wäre hätte es überlebt noch ein vulpix ich ich nehme mal topsy denn ich denke mal wenn ich das da ein level abmache dann entwickelt sich das gleich schon äh was habe ich jetzt gemacht bin stoß oh 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 wow was was sehr effektiv das ist w w w w w w w w w Schauen wir mal. Status. Klar. Typ normal. Wie kann ich da... Bodentyp. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Schauen wir mal nach. Was haben wir hier für Pokémon? Radfranze 5. Du kannst mich mal. Du kannst mich auch mal rettern. Dann... Nö. Möchte ich alles nicht. Dann... Arena. Weitermachen. Oder GYM. Was auch immer das heißen soll. GYM ist eigentlich Sporthalle. Ach, der ist schon tot. Hm. Ist egal. Blabla. Ein... Sieper. Müsste tot sein. Oh, du... Ich habe gerade gelesen, Carpman. Carpman. Heißt der Typ. Verstehe ich. Ähm... Aquana. Oh, das ist so ein schönes Pokémon. Unser Aquana ist wirklich... Das würde ich, glaube ich, gerne noch als Wasser-Pokémon nehmen. Also Pflanzen-Pokémon habe ich ja jetzt schon mal. Das wäre dann am Ende mein Pisaflor. Dann hätte ich ein... Knogger am Ende des Boden ist, das er auf Wasser kann, komischerweise. Das war... Und dann hätte ich ihn wahrscheinlich niemals verlernen werde. Äh... Wie kann ich meinen Ersten Orden? Flash. Also Blitz kann ich benutzen. Ach, mein... mein Ding entwickelt sich. Hey, wow. Mein Bisa... äh... Bisa... äh... Oh, Samen zu meinem Bisa-Knosp. Jetzt rein. 1034. Was ist das? Bei Will Absorb Damage in Battle. Dann pay it back to Double. Oh, wow. Wow. Das ist eine coole... Das ist wirklich eine coole... Attacke. Da hätten wir Arena Nummer 1. Dann schauen wir doch nochmal schnell. Schnell, 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 schnell in das Pokécenter hinein und... Blablabla, blablabla. Und schauen mal, ob wir nicht noch... 1-2 Level für... Fragosso... machen können. Deswegen habe ich eh schon nicht zu starke Pokémon. Ja, und das kriege ich nicht tot. Lachen wir mal so. Alter, da�uk. Ach, das ist einfach ein bisschen komisch, oder? Du gehörst mir. Ich nehme dich sowas von auf jeden Fall mit. Pikachu, das wäre mein Elektropokémon, das ich eh hier haben möchte. Schauen wir mal, ob es schon kriegt, da haben wir doch Pikachu. Oh Gott, ich habe schon fast ein volles Team, ich muss bis dahin warten. Also, Taupsi, Tauboga, Tauboss auf jeden Fall. Na, wo sind meine Pokémon? Hier. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hm, Nokchan kann ich wahrscheinlich noch austauschen, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da haben wir Flug, Elektro, Pflanze und Boden. Dann noch gerne, hätte ich gerne ein Feuer. Ich glaube, ich hätte gerne ein Feuer und ein... Ja, Wasser. Schauen wir doch mal, wo es denn hier lang geht. Da haben wir neue Route. Hey, kid, want to see my Pokémon? Äh... Ha, cool. Was ist Leer? Keine Schrein. Silberblick, Silberblick, Silberblick. Nervt mich nicht mit deinem Silberblick. Wahrscheinlich macht der eine Erzeugung und ich bin tot. Vergiftet und... Ja, doch nicht wirklich. Auf jeden Fall ist der Tod und das gefällt mir gut. ... Level 12. Oh... Was ist das? Ach, Fleckmann. Nicht sehr effektiv, verdammt nochmal. Abo vergiftet wurde erst. Und der Minus-Konfession. Wow. Oh, wow. Das macht überhaupt gar keinen Schaden. Los, Bizarre Knosp. Sehr effektiv, das war klar. Aber, das ist auch sehr effektiv. 550 Euro. Oh, also langsam geht's los mit dem Geld. Gefällt mir gut. Ein... Oh mein Gott, ein Abra. Level 6. Hier kann man wahrscheinlich nur Teleport. Schau mal, ob ich's krieg. Nein, war klar. Und tschüss. Da bräuchte sowas wie Horrorblick. Hab ich schon. Spule ich vor. Spule ich auch vor. Ach, ich wollte gar nicht vorspulen. Töte es bitte. Nein. Oh nein. Ja, ich hab's ge... Nein. Fuck. Ich dachte schon, ich krieg's hin. Ich hab so viele Pokémon. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Sun the Wave, Quick Attack. Oh, wow. Sogar schon. Donnerwelle. Also Pikachu, du gefälschst mir gut. Die Klöck. Und das... ...töten wir mal... ...instant. Bam. Und tot. Level 17. Aber die Wege hier sind relativ witzig. Was haben wir hier? Gute 55. Kai. Äh... Kämpfen wir einfach mal. Ja, man muss vorspulen. So. Ein Traumato. Äh... Das ist Psycho. Schwäche vom Psycho. Nee. Ja. Ja.